Kann mir mal jemand sagen, wieso der Schnee immer noch da ist? Ich kann nicht mehr. Oh Gott. Hallöchen und herzlich willkommen auf meinem Kanal Limo und so zurück. Ich hoffe, euch geht es gut. Ja, ihr werdet auf jeden Fall eine nervige Tastatur im Hintergrund hören, denn meine alte funktioniert aus irgendeinem Grund anscheinend nicht. Ich weiß auch nicht wieso. Hallöchen und herzlich willkommen auf meinem Kanal Limo und so zurück. Ich hoffe, euch geht es gut. Heute? Verdammt! Wieso, wieso musst du da jetzt hingehen? Wir haben auf jeden Fall immer noch Winter. Ich dachte, der Schnee ist irgendwie weg, deswegen war ich richtig set, aber der ist anscheinend immer noch da und ja, wir werden uns das Update auf jeden Fall jetzt mal genauer anschauen. Meine Tastatur eben hat überhaupt nicht funktioniert. Also ich habe ja eben das andere Intro gemacht. Wahrscheinlich werde ich das im Video als Fail einblenden, aber ich hatte da noch diese andere Gaming-Tastatur und ich habe halt so eine komische, also halt keine Gaming-Tastatur, ich habe so eine billige, gefühlt. Ähm, ich kaufe mir irgendwann eine neue. Wir werden uns heute das Update anschauen und ich bin gespannt. Wir sehen uns gleich wieder. Ich würde hier auf jeden Fall noch ein Rennen machen und dann erzähle ich euch, ähm, was wir heute machen. Ähm, ich muss sagen, ich habe ein paar Videos hochgeladen. Wieso ist mein Pferd jetzt so scheiße gelaunt? Also ganz ehrlich, ich habe mir Stahlhilfe geholt. Wir haben anscheinend den Bug weggemacht, ne? Dann, ich hatte halt keine Übersicht mehr, ob ich Stahlhilfe gekauft habe. Scheiße, Zeit, ne, oder? Wir müssen uns Pferd, äh, Stahlhilfe kaufen. Also ich wollte mir halt ein Pferd kaufen, mal wieder, ähm, denn es kam Pferde raus. Ich hoffe, das Video kommt auch relativ gut an, weil ich eigentlich, äh, sehr ungena... Sprachenlernen, Babbel Sprachenlernen, Babbel Also, ähm, der Winterfrust, der hat einen Sprung... Wo? Nee, das ist ein Hauptquests. Das ist ein Hauptquests. Nee, ich habe doch noch gar keinen Bock mehr. Ich habe mir wirklich angeht. Ich hau mir die jetzt gleich vielleicht nochmal an, aber ich kann schon mal sagen, der hier wird es leider Gottes nicht. Also der hier. Ich finde den ultra knuffig. Aber ich, ich möchte heute mal, ähm, ein Pferd kaufen, was, ähm, wirklich so richtig matchen kann mit meinen Lieblings-Outfits. Also zum Beispiel das Outfit. Das würde passen. Aber ich brauche halt, ähm, auch ein Pferd, was so grün und gelb und rosa und so tragen kann. Ich muss halt jetzt natürlich immer auf dem weißen Pferd. Ähm, das ist mir ein bisschen zu basic. Also ich finde es süß. Ich finde alle Farben wirklich wunderbar, ne? Die Schattier... äh, Schattierungen... Nee, Texturen sind echt wunderbar gemacht. Ich habe sogar ein blaues Auge. Ich habe ja hier auch blau. Wir können sehen, das Pferd hat, ähm, verschiedene Augenfarben. Hier, einmal blau. Ich sehe das hier ganz leicht. Blau und halte andere Sachen. Das Pferd konnte es theoretisch schon werden. Also ich habe es mir angeraut auf dem Fenster knüppig. Wir schauen aber uns erstmal um. Also das wäre auf jeden Fall schon... Oh, New 900. Schauen wir uns die Gangart nicht genau an. Aber was kommt mir für ein Spetter nicht? Ah, da kommt ein Schmerz. Nein. Ich bin wirklich noch am überlegen. Weil ich dieses Pferd ultra süß finde. Und das auch. Aber wenn ich mir jetzt zwei Pferde kaufen würde... Ich rechne mal kurz aus, wie viele Pferde ich dann haben würde. Ähm, da kommt es nicht mehr haben würde. Okay, ich hätte dann noch 13.726. Ich müsste mich dann auch noch bis Ende, ähm, Januar zusammenreißen. Okay. Ich müsste mich jetzt wirklich für eine Farbe entscheiden. Würde das Pferd hier passen? Ich bin mir wirklich nicht sicher. Und gefühlt jeder kauft mich wahrscheinlich den hier. So, ich denke mal, dass ich mir jetzt auf jeden Fall erstmal... Ähm... Oh Gott. Ich kann... Nee, ich denke nicht. Ich denke jetzt mal trotzdem, dass ich mir den kaufen würde. Ich weiß nicht. Äh, wir schauen uns mal zurück. Ich kann mir nicht direkt drei Pferde kaufen. Ich muss wirklich sagen, der gefällt mir. Aber der... Für jeder YouTuber kauft mich. Und beziehungsweise YouTuberin. Ähm, deswegen werde ich den... Also, ich kann noch was Falsches sagen. Aber ich nehme jetzt wirklich... Oh Gott, das ist schwer. Ich nehme jetzt wirklich den. Aber wirklich. Ich habe mich jetzt für Rocky entschieden. Also, eigentlich Rocky, Rocky. Also, das gerollte eher. Aber, ähm... Ich denke, das passt hier nicht gut. Also, Rock, Stein. Nee, Felsen. Ähm, hat ein bisschen die Farbe, ne? Und, ähm, hat Rocky. Ähm, ich noch zweit erwachsen. Und werde ich mir jetzt kaufen. Ich kann nicht glauben, dass ich das schon wieder gemacht habe. Ja, oh nein. Schaut sich, ob das jetzt nicht bestreicht wird. Ich weiß nicht, ob ich mir wirklich einen zweiten holen soll. Okay. Wir schauen uns, ähm, die Gangart-Themen, hätte ich gesagt, hinten an. Ich hoffe auf jeden Fall, euch hat das Video gefallen. Ähm, ich finde es wert. So ganz süß. Also, wirklich. Diese schnappen sind süß. Okay, ähm, ich finde die Farbe an sich jetzt nicht schlecht. Ist aber auch nicht meine Lieblingsfarbe. Ich hätte mir theoretisch auch noch einen geholt. Ähm, ich weiß aber nicht, ob ich mir das wirklich antun soll. Beziehungsweise meinen Star-Coins. Ich hoffe, ihr versteht das. Ähm, ich werde mich aber eh erstmal an das Pferd gewöhnen müssen, weil ich es ja noch nicht kenne. Und, ähm, mir direkt zwei zu kaufen, ist eigentlich eine Entscheidung, die ich irgendwann bereuen werde. Auch wenn mir die Farbe jetzt dann irgendwann nicht gefällt. Ich weiß, ähm, muss man halt mit klarkommen. Und, ähm, ja, wie gefällt euch die Jace? Und so, habt ihr euch auch einen gekauft? Wenn ja, würde mich das gerne interessieren, welchen ihr euch gekauft habt. Schreibt es gerne in die Kommentare. Lasst gerne einen Like da. Und, ja. Bis dann! Tschüss! Tschüss!